Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Gunner Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde IAF-C25. Und wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo im Empfang. Und heute spielen wir mal gegen Portugal. Hier steht auch, dass es Halloween ist. Halloween ist übrigens schon längst vorbei. So, wir gehen hier rein. 17 Uhr haben wir es hier gerade. Also wenn ich das Video hier drehe, haben wir es 11.34 Uhr. Deutsche Punk. Deutsche Punk, genau. Deutsche Bank. Ich habe Ampfiff. Äh, Abschluss meine ich. Portugal ist hier und dort und überall. Das ist Portugal. Kennt ihr dieses Lied? Digga, kannst du jetzt auch mal zu mir schießen, du bist ein Stück Scheiße. Ja, das ist dann halt, äh, abseits. Das sind die Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Oh, 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 oh. Jupp. Bats. Twixen hier. Zack. Zack, er hat gehalten. Warten. Geht wieder... Warum ist der jetzt so... Oh, ok. Wie kam der... Dort da jetzt dran? Warum habe ich jetzt gerade so einen Drang zu singen, Alter? Scheibend Leister. Watz, Alter. So, ok, jetzt. Jetzt arbeite ich hier mal ein bisschen im Team. Das ist ja cool. Spiegel. Fick. Äh, ich mach gar nichts. Okay. So. Zu mir jetzt hier. Bam. Digga, ich schieße doch extra zu dir. Was macht der? Äh, 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 hä? Ja. No way! What's happened? Jetzt. Ok, jetzt. Hä? Hä? Warum läuft der denn nicht? Drecksspieler, Alter. Hallo. Boah, ist der behindert. Oh, 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 ist der behindert. Willst du auch mal halten und einfach nur den Beichen her gucken? Wer ist der? Hä? Ich komme hier aber auch nicht durch. Doch, jetzt? Ja, da hat er ja den Ball wieder. Okay, jetzt aber. Ey Leute, ich mache glaube ich wieder eine Managementkarriere. Ich habe Profikarriere ist zum Heulen. Ich finde die Managementkarriere sowieso geiler, Profikarriere ist nicht so meins. Wow, du hast ihn gehalten, aber hast ihn dann zu einem anderen Spieler hingeschossen. Jetzt, jetzt wird es. Das ist echt zu kacken. Warum treffe ich denn nicht? Junge, da ist niemand und der Held. Vielen Dank. Okay, so. Ich raste hier gleich, ich komme nicht aus. Wieso? Junge. Ey. Ey. Ich habe einen Anfall. Ne. Ne. Ich wechsle mich jetzt aus. Ich habe keinen Bock mal dieses Spiel hier zu spielen. Ach scheiße, auf die ganze Zeit. Ah, wir haben sogar gewonnen, zum Glück. Ja, minus 15. Warum bin ich denn jetzt auswechselspieler? Hä? Wenn ich doch nicht, okay. Oh ne, nicht gegen Finnland. Warte auf, was ist denn hier meine Schwierigkeit auf Profi? So. Junge. Was will der jetzt? Das ist die Investition. Probi, die können abgehoben werden. Okay, die laufen noch. So. Training. Zack. Zack. Oh, wir sind Level 13. Let's go. So. Perfekt. So, jetzt spielen wir gegen Finnland. Mal sehen, ob das jetzt besser wird. Ah, wir haben sogar diese lilanen Dinger hier. Geil. Ey, jetzt hängt es rum. Ich lasse hier gleich komplett aus. Hör doch mal auf, rumzuhängen. Wofür hängst du denn jetzt? Ah, Leute. Ich kann das Schwierigkeiten spielen, wenn es rumliegt. Hallo. Ey, Leute. Ne. Ich muss leider das Video beenden, das geht nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne liken, abo und kommentare. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Hohe Tränen, du. Äh, ist dann du. Ciao. Ciao. Ja. Ciao. 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 Ciao.